343 Industries gibt's nicht mehr. Also nicht ganz, heißen die jetzt halt Halo Studios. Das Studio, das seit über einem Jahrzehnt für Halo verantwortlich ist, heißt jetzt anders, präsentiert sich mit Positivität und Aufbruchstimmung. Ziemlich positiv und selbstlobend dafür, dass Halo seit 343 eine ziemliche Shitshow war. This is fine. So schlimm sogar, dass die Community aktiv drum gebeten hat, das Franchise von 343 wegzunehmen und einem anderen Studio zu geben. Dieser Neustart ist scheinbar der Kompromiss, denn Halo Studios ist immer noch 343, aber trotzdem ändert sich einiges. Also schauen wir uns heute mal an, was 343 alles verbaut hat, um hier zu landen und wie die Zukunft von Halo aussehen wird. Das hier ist der Fall von 343 Industries und vielleicht sogar die Rückkehr von Halo zum Thron. Fangen wir mal damit an. Wie geht es Halo aktuell? Ja, die einzige Ikone der gesamten Xbox-Sparte hat einiges einstecken müssen. Dabei sahen die Dinge mal so vielversprechend aus. Halo war einst ein Phänomen, eine Naturgewalt, eine Macht, die als unbesiegbar galt. Andere Konkurrenten haben intern immer gehofft, einen Halo-Killer zu entwickeln, aber sind immer gescheitert. Bungie hat mit der ersten Halo-Trilogie Gaming-Geschichte geschrieben, aber da das Unternehmen unabhängig von Microsoft sein wollte, ging diese Partnerschaft 2007 zu Ende. Vertraglich war Bungie noch verpflichtet, zwei Halo-Spiele abzuliefern. Das waren dann Halo 3 ODST und Halo Reach. Microsoft behielt aber die Rechte am Franchise und wollte dann Halo natürlich in die Zukunft tragen und gründete 2007 343 Industries mit dem Ziel, das Halo-Franchise von Bungie zu übernehmen. Wie geht das Bungie eigentlich inzwischen? Naja, das ist ein anderes Thema. 343 unterstützte erstmal noch ein wenig mit bei ODST und Reach, aber übernahm dann Halo komplett. Dinge sahen zu Beginn auch erstmal gar nicht so schlecht aus. 2011 spendierten sie uns Halo Anniversary, ein umfangreiches Remaster des Originals, was eindeutig Lust auf Halo machte. Einige kritisierten zwar, dass 343 Industries noch nicht das Feingefühl für den Artstyle gefunden hatte und manches zu hell oder zu bunt war, aber das ist nicht nur Meckern auf hohem Niveau, sondern auch auf den ersten Versuch absolut verständlich. Wirklichen Grund zur Sorge gab es hier noch nicht. Etwas lauter wurde die Diskussion, als dann Halo 4 erschien. Das erste eigens von 343 Industries entwickelte Halo-Spiel und ihre Feuerprobe. Hat das Studio, was es braucht, um Halo in die Zukunft zu tragen? Die Antwort ist... No. Also ja ein bisschen, aber auch irgendwie nicht, aber auch irgendwie schon, aber auch nicht so ganz. Rückwirkend waren wir alle vielleicht ein bisschen harsch, was Halo 4 anging. Alles und allem war es halt ganz okay, aber okay war damals einfach nicht gut genug für Halo. Die Story war zwar mal mehr auf der emotionalen Ebene, aber lieferte einfach nicht die gewohnten Epic-Gamer-Moments, war aber immerhin ziemlich hübsch. Die neue Gegnerklasse der Prometheans kam auch nicht sonderlich gut an, aber das größte Verbrechen war für viele der Multiplayer, der mit Sprint, Loadouts und Scorestreaks eindeutig zu weit in Richtung Call of Duty ging. Es war klar, dass 343 hier die COD-Crowd abholen wollte, aber Halo war einst ein Spiel, das Trends setzte und sie nicht nachmachte. Und auf diesem Weg haben sie eben ein bisschen an der Seele eines Halo-Multiplayers vorbeigeschossen. Trotz ein paar dieser Marken war das Spiel ganz okay, gerade im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte, aber bevor wir zu Halo 5 kommen, gab es vorher noch etwas anderes. Als uns 343 die Halo Master Chief Collection versprach, war meine erste Reaktion Alle Halo Kampagnen in einem Game inklusive dem gesamten Multiplayer, da war auch noch Halo 2 in der Anniversary Edition mega, ideal um das alte Fieber wieder aufleben zu lassen, mit den Freunden alle Games zu spielen, alles war bereit für den Release. 2014 konnte einfach nicht schnell genug kommen, aber dann beim Release Die Master Chief Collection war in der Idee eigentlich echt cool, aber leider ist 343 Industries hier komplett technisch gescheitert. Matchmaking ging so gut wie gar nicht und nahm alle Luft zum Launch direkt raus. Die Master Chief Collection erreichte irgendwann einen Zustand, der wirklich genial gewesen wäre zum Launch, aber das hatte tatsächlich Jahre gedauert und Gamer sind in der Zwischenzeit halt weitergezogen. Es stand also 2 zu 0 gegen 343 Industries. Aber mit Halo 5 Guardians sollte alles anders werden. Was ist das? Hunt the Truth? Eine Marketingkampagne, die echt spannend wirkt? Master Chief in einem Mantel? Sexy. Halo 5 wurde entwickelt mit Profi-Halo-Gamern für den perfekten Multiplayer. Wagen wir es zu hoffen, das klingt ja alles sogar ziemlich nice. Spoiler Alert, war es nicht. Eine Kampagne, die langweilig war. Derselbe Bossgegner, siebenmal. Und am allerbesten, die meiste Zeit spielt man nicht mal als Master Chief. Nein, kein Scherz, aus irgendeinem Grund dachte sich 343, man müsse in einem Halo-Game nicht unbedingt als Master Chief spielen. Lieber so ein neues Team, wo man niemanden kennt, außer einen Charakter. Ihr fandet Sprint und Movement in Halo 4 scheiße? Wir haben die Lösung. Noch mehr Fortbewegungsmanöver in Halo 5. Jetzt gibt es Sprint, Sprint Punch, Ground Pound, Mantling, Schweben, Ausweichen und wir wissen doch, ihr liebt es, wenn wir eure gesamte Progression in Richtung Lootboxes treiben. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet, auch Halo 5 Guardians war es nicht. Aber bevor wir zur Gegenwart kommen, immerhin eine Sache können wir loben, Halo Wars 2 war tatsächlich ganz nice. Ist zwar nur ein Spin-Off, also steht es vielleicht statt 3 zu 0 gegen 343 vielleicht 3 zu 0,5? Naja, den Rest der Geschichte kennt ihr sogar wahrscheinlich. Halo Infinite kam, wurde verschoben, kam wieder, siegte nicht. Tatsächlich gelang es mit Infinite erstmals für 343 einen gelungenen Halo Multiplayer zu liefern und eine Kampagne, die Spaß machte. Aber diesmal fehlte der Content. Wieder kein Koop zu launch, keine Forge zu launch, nicht mal eine Team Slayer Playlist. Kaum Spielmodi, kaum Maps und Halo verlor seine Player erneut. Und was aus der Halo Serie wurde, sprechen wir lieber erst gar nicht an. Kein Wunder also, dass die Halo Community lautstark forderte, 343 müsse weg und wer anderes her. Und Microsoft sagte dann einfach, 343 Industries heißt jetzt Halo Studios. Okay, das wird dem nicht ganz gerecht. Mehrere leitende Rollen gibt es nicht mehr. Ehemalige Studioleitung, Bonnie Ross, weg. Im Laufe der Entwicklung von Infinite gab es schon haufenweise Ab- und Neuzugänge und als Microsoft seine Entlassungswelle begann, erwischte es 343 ziemlich hart. Das bedeutet auch, wenn es technisch gesehen noch dasselbe Studio ist, sprechen wir hier von sowohl neuen als auch alten Gesichtern, aber insbesondere auch einem komplett anderen Management als noch vor ein paar Jahren. Die Halo Studios wollen sich also wie ein Phönix aus der Asche erheben und damit in die Zukunft gehen. Deshalb auch der positive Ton. Auf der Website steht immerhin A New Chapter of Halo Awaits. We're just getting started. Neue Rollen werden ausgeschrieben und wenn 343 nicht in den USA sitzen würde, wäre meine Bewerbung schon raus. Das wäre ja mal mega an Halo zu arbeiten. Insbesondere wird sogar ein Creative Director gesucht. Aber eine ganz besondere und große Ankündigung für dieses Franchise ist der Wechsel der Engine. Die letzte Zeit hat 343, jetzt also Halo Studios, damit verbracht, sich in einem Rechercheprojekt mit der Unreal Engine 5 vertraut zu machen und ihre ersten Gehversuche mit dieser Technologie dokumentiert. Denn in Zukunft läuft Halo auf der Unreal Engine. Das wirkt tatsächlich eine Menge Chancen und viel Potential, aber auch einige Risiken. Wir wissen alle, dass die Unreal Engine ein mächtiges Tool ist, das bahnbrechende, technologische Innovationen mit sich bringt und bereits für coole Spiele gesorgt hat. Nicht umsonst ist die Engine so weit verbreitet. Da besonders 343 sehr viel mit der Engine von Halo kämpfen musste, ist der Wechsel zu dieser weit verbreiteten und stark dokumentierten Engine durchaus logisch. Außerdem ist es leichter, neue Leute einzustellen, damit der Engine viele Talente in der Industrie vertraut sind und man so bei Neueinstellungen nicht erstmal eine komplett neue Engine, zuletzt Slipspace, lernen muss. Risiken gibt es trotzdem. In einer neuen Engine das Gefühl des klassischen Halos zu behalten, geht das überhaupt? Wird sich das Gameplay nicht schnell ins Generische wandeln? Hoffentlich nicht, aber wie gesagt, die ersten Gehversuche präsentieren uns die Halo Studios selbst. Diese Bilder zeigen kein Halo-Spiel in Entwicklung, sondern nur wie die verschiedenen Devs mit der Unreal Engine üben, Halo hier ins Leben zu bringen. Im selben Zug bestätigt Halo Studios aber auch, dass gleich mehrere Halo-Spiele in Arbeit sind. Wir werden aber noch etwas warten müssen, bis man zu diesen Games was hören wird. Was denkt ihr, schaffen es die Halo Studios das Franchise zurückzubringen oder ist es im Endeffekt nichts anderes als eine Änderung nur im Namen? Schreibt es in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist. Damit könnt ihr mich supporten und wir sehen uns natürlich dann auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.